Liebe ist Liebe Erfahrt mehr über das faszinierende Privatleben von Bella Lesnick. Obwohl die Moderatorin ihr Liebesleben größtenteils privat hält, überraschte sie uns im Jahr 2018 mit der frohen Botschaft, dass sie glücklich mit dem Transgender-Model Jill Dymel liiert ist. Bella hat nie ein Geheimnis aus ihrer sexuellen Orientierung gemacht, im Gegenteil. Offen und ehrlich steht sie zu ihrer Pansexualität. In einem aufregenden Interview mit RTL gesteht die 41-Jährige, ich werde immer wieder in heteronormative Muster gedrängt und muss mich jedes Mal aufs Neue outen. Anlässlich des Pride Month nimmt sie sich nun die Zeit, ihre Sexualität zu thematisieren. Für Bella spielt das Geschlecht keine Rolle, sie fühlt sich vielmehr emotional und sexuell zu einem Menschen hingezogen. Überraschenderweise hat sie jedoch bisher kein offizielles Coming-out erlebt. Als LGBTQ-Person sind wir ständig dabei, uns zu outen, da wir nicht Teil der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft sind, erklärt Bella. Kürzlich beantwortete die charmante Brünette die persönlichen Fragen ihrer Instagram-Community und sprach dabei auch über das Thema Liebe. Für mein Herz spielt das Geschlecht und die Geschlechtsidentität keine Rolle, erzählte die Moderatorin. Dennoch hat sie festgestellt, dass sie eine klare Vorliebe für Frauen hat. Bella Lesnik, eine starke und inspirierende Persönlichkeit, die für Liebe ohne Grenzen steht.